guten abend aus phuket es ist so 12 mitternacht kann man sagen mitternacht ich arbeite noch ein bisschen am computer und was gibt es neues der daniel des auf dem weg von deutschland nach bangkok und er ist auch schon im flugzeug jetzt und er kommt morgen morgen nachmittag in bangkok an macht dann die quarantäne also wir werden dann laufend ein bisschen was bringen wie die quarantäne verlauft und hier im anhang ist ein kleiner film wie es am flughafen in münchen ausschaut also ich würde sagen sehr gemütlich im flughafen kein stress keine leute unglaublich also ja wir halten euch auf dem laufenden und ich hoffe er kommt dann morgen nachmittag gut in bangkok an und ja schönen abend und schönes wochenende so servus miteinander das ist reisen in seiten von kobels wie man sieht ist am münchner flughafen nichts los so schaut aktuell hier in münchen aus am flughafen kubel 19 sorgt für viel platz und wenig stress so wahnsinn alles wie ausgestorben geschlossene geschäfte es ist ein richtiger geister flughafen so daher nehme ich nicht mehr so kann losgehen ab nach doha und dann geht es weiter nach bangkok bangkok wartet dann eine quarantäne ja und dann kanns schöne leben wieder beginnen wahnsinn vorfreude jetzt bin ich bei allen um zum gate zu kommen dann melde ich mich aus doha und bangkok wir haben wir haben wir haben wir haben wir haben wir haben wir haben